Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Kasper, Mökan, guckt mal, wo wir hingehen können! Zum Titan-Speaker-Man! Hä? Ich komm da gar nicht rein! Um da reinzugehen, müssen wir erstmal hier anfangen mit dem grünen Monster von den Rainbow Friends. Und wir müssen ein Team bilden hier heute, oder was? Ja, ja, wir sind heute ein Dreier-Team, wir müssen eine Dreier-Teamwork-Obi machen. Oh mein Gott, okay, komm, ich mach hier direkt schon Farbe, geh rüber, Einer! Okay, ich geh rüber, ey! Okay, nochmal, nochmal, nochmal! Unkorrekt, unkorrekt! Ey! Das merk ich mir, Kasper, das merk ich mir! Ey, da musst du dritt drauf, orange! Okay, komm, jetzt! Ich geh auf orange jetzt, so! Hallo, nur einer von euch, Jungs! Mökan, wir brauchen dich hier drüben nochmal! Was machst du denn? Ja, Mökan, jetzt hier drüben rüber! Ich helf dir jetzt rüber, komm! Wirklich, ohne... Nein, nein, nein! Ich ertraue nicht! Digga, ich wusste, dass ich nicht ertrauen würde! Nein, euch verbraucht! Okay, dann... Digga, ich wusste es! Auf jetzt! Geh du rüber, geh du rüber, ich geh nicht rüber! Nein, jetzt vertrau mir wirklich! Geh du rüber! Ja, okay! Also echt! Ich bin voll der Bein rauf gegangen! Okay, komm! Okay, Jungs, jetzt geht ihr rauf! Geht ihr rauf jetzt! Orange aktiviert! Okay, ich stehe auf orange! Und jetzt alle drauf! Und schnell zurück! Und schnell zurück, Jungs! Ganz schnell zurück! Schnell! Noch 10 Sekunden! Schnell! Beeilt euch! Oh mein Gott! Stage 1! Stage 1! Beeeilung, Beeeilung! Sehr gut! Jungs, denkt dran, wenn man jetzt hier drauf geht, muss man von vorne anfangen! Ich will euch nur kurz... Ja, mach zusammen, mach zusammen, komm! Das geht, ich weiß sie! Alter! Ich rüber, geh jetzt! Nein, nicht nach und nach! Wir müssen zu zweit! Ihr müsst da drauf stehen! Geht auf! So, jetzt bleibst du wieder! Jetzt geh ich auf blau! Geh blau, ja, 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 pass, pass! Das ist okay, jetzt müssen wir noch einen rüberkriegen, ne? Guck so! Jetzt müssen sie zusammenarbeiten! Jetzt mach ich gehen! Ja, du musst... Genau, ja, und jetzt eine blau! Digga! Wieso denn beide? Ah ne, oh mein Gott! Luka, was machst du denn? Ich rück zum Anfang! Ja, ich war der Wind! Bisschen die Schräger, also echt, Jungs! Das sind wir drüben, Digga, das sieht man doch! Jetzt geh ich als erster rüber hier! Ich will zum Titan Speaker werden, Jungs! Ich will da unbedingt hin, ich will den Charakter freischalten! Als Rüger ist deine Absicht schon locker mal Absicht gemacht! Nein, war's wirklich nicht! Okay! Ah, ich doch, ich kann schon verstehen, das ist der Laufest's Favorit! So, es bleibt drauf stehen! Warte, 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 wer darf jetzt wohin? Ah, okay! Ja, Mörker, du musst auf lila, genau! Und jetzt geh ich auf blau gleich! Ja, ich geh auf blau! Ah! So, okay, sehr gut! Ich ändere jetzt, so! Schon sehr verwirrend! Wie hast du da eben gerade, ne? Was? Also wirklich! Warst du durchgeblickt, oder was? Hallo? Ja! Aktivieren wir die Leiter! Komm drauf, Jungs, komm drauf! Und jetzt müssen wir alle drei auf die Knöpfe hier drauf drücken, ne? Und das war gerade mal Level Nummer 1! Ich weiß, Jungs, das war grad Level Nummer 1! Also wirklich, ne? Also wirklich! So, hier haben wir den Moth! Oh, das ist der! Oh, das haben wir das grüne Monster von dem Raybooth! Friends! Alter, richtig hell jetzt hier grad! Okay, wir haben jetzt direkt 1.2 geschaltet! Jetzt können wir hier... Ja? Was ist das denn? Medusa! Boah, guck mal! Guck mal, wie ich hause jetzt! Boah! Was? Ich kann ihn auch nehmen! Boah! Boah! Okay, komm, Medusa, wir gehen rein! Rein ins nächste! Ich bin blau! Ich bin blau! Ich bin blau! Jeder darf nur seine Farbe berühren, ne? Okay! Ja, verdorren! Ah, wie schlecht! Okay! Hier vorne ist... So, ich geh rot hier! Ah, so geht das! Jeder muss auf seine Farbe gehen! Ey! Ey, Möcke an! Komm schon! Das gibt es nicht! Irgendwie... Ich komm jetzt auch! Es war Spaß! Da schafft! Wollt grad sagen! Okay, jetzt haben wir bei der Wand schon zwei von drei! Jetzt ist es probiert, gleich irgendwie gut durchzukommen! Oh Gott! Das ist wahrscheinlich wieder Countdown, ne? Sehr gut! Ich hab's am schwersten! Los! Beeilung! Nein! Nein, Kaspar! Beeil dich, Kaspar! Das sind 10 Sekunden! Oh mein Gott! Jetzt nicht draufgehen, Kaspar! Nicht draufgehen jetzt! Jusen Bolt! 5 Sekunden! Jusen Bolt! 3, 2, 1! Oh mein Gott! Junge, war das knapp, Alter! Oh mein Gott! Oh Gott! Das war so verruhend! Das war richtig knapp! Ja! Okay, okay! Okay, hier! Ich schau hoch! Alter, war das knapp, Junge! Oh mein Gott! Okay, sehr gut! Hier wieder alle rauf! Alle auf einen rauf, die Jungs! Ich bin auf den Knopf! Hallo! Rauf gehen! Ich bin drauf! Ah! Oh Gott! Beeilung! 5 Sekunden! Schnappt euch den nächsten Morph! Ich weiß nicht, was das für eine Figur ist, aber... Das ist auch von den Rainbow Friends, ne? Ist der? Ja! Die Qualle! Ja, die Kettmarke! Die kenne ich gar nicht! Ne, Garten auf Fanband! Garten auf Fanband ist das! Ich wollte gerade sagen! Ich wollte gerade sagen! Okay, dann haben wir jetzt hier... Ey, wie du da aussiehst hier drüben! Möckern! Oh, Alter! Leid! Ich komme rüber! Hier vorne! Hier rein! Hier rein! Hey, der Gabe! Hey, der Gabe! Oh, gleich haben wir die Skid über die Monster! Das ist richtig cool! Oh mein Gott! Gleich sind die Skid im Monster am Start! Halt rauf! Oh nein, ich bin kaum einer! Wer ist denn das? Wer ist denn der andere? Das ist ein Green Maze! Green Maze einfach! Ne, das ist doch nicht der Green Maze Shake! Das ist Green Maze! Green Maze! Green Maze Shake! Das ist doch nicht der Shake! Oh nein, Jungs! Das wird richtig tricky! Wie, wie? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt hier die Würfel... Warte mal jetzt... Ja, rüberschieben! Genau! Warte, ich mach schon mal! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der fällt fast schon runter, der Würfel! Ja, ich hab's aber! Ich hab's jetzt hier! Ey, das war keine Hilfe! Na klar! Okay, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Vorsichtig! Okay, mein Würfel ist kauf! Du musst ihn rüberbringen! Was willst du denn jetzt hier bei dir? Digga, er trollt! So ein kleines Kind! Mann! Er hat mich getrollt! Nein! Okay, ich helf dir! Ja, Jungs, wieder am Anfang jetzt! Ganz vorsichtig! Ja, du schaffst das! Bro, er hat mich einfach getrollt! Er hat mich einfach getrollt! Er hat gewartet, bis ich wieder fast da bin, Digga! Ja, guck mal! Guck mal, ich hab euch auch wieder träumt! Warte, ich komm! Er ist jetzt rückwärm! Warte, ich komm! Ich komm, ich komm, ich komm! Wir haben die Würfel schon mal drauf jetzt! Und dann müssen wir den runterfallen lassen! Ja, ja, wir müssen auf den zusammengehen! Dann müssen gegen den Team hin! Okay, okay! Alle rauf und jetzt! So, Jungs! Das letzte drüben ist... Nein, Jungs! Ganz schnell, 50 Sekunden! Schaffst du, schaffst du, schaffst du! Beeilung, Beeilung! Warte, ich hab ne Idee! Ich hab wieder Jungs! Kommt her, kommt her! Oh, ja, ja, das ist gut, das ist gut! Nein! Geht das doch? Ja, das geht! Okay, einen haben wir schon mal drüben! Warte mal, ich bin noch besser! Weißt du, dass ich das nicht mache? Kasper, guck jetzt! Was denn? Guck jetzt! Mach lieber nicht, mach lieber nicht! Mach nicht, mach nicht, komm rauf, mökern! Wir machen hier nochmal, wir machen hier nochmal, komm! Schnell, der schafft es nicht, der schafft es nicht! Guck mal! Ah, er schafft's, er schafft's! Na gut, verdammt! Boah! Der sieht ja gruselig aus, der sieht richtig gruselig aus! Ich bin Ben, Ben! Boah, jetzt kriegen wir den großen Cameraman! Ah, stimmt! Als nächstes! Okay, rein hier! Alle rein hier! Rein in den Cameraman! Ist der Typ wieder dabei, oder was? Ja, aber diesmal hauen wir den raus! Ja, wir hauen den jetzt raus, dass er nicht mehr weiterkommt! Finde alle drei Knöpfe und öffne das Portal, steht da! Dahinter ist noch ein Knopf, Jungs! Dahinter, dahinter, dahinter! Der geht schon hin, der Bandman geht schon hin! Jetzt auf, machen Jungs! Alle durch! Oh nein! Alle durch! Nein, Jungs! Eine Sekunde! Nein! Hast du nicht geschafft? Ich hab's nicht geschafft! Wir kommen jetzt zurück zum Anfang! Hier hinter war das, oh Gott, ich hätte denken können! Okay, los! Los! Durch, durch, durch! Los! Let's go! Let's go! Ich hoffe, der Bandman schafft nicht! Ah, er hat's geschafft! Wir showen ihn jetzt, okay? Jetzt beim Blauen! Wir lassen ihn hier, obwohl, ne, blau geht auch nicht! Doch, das geht's nicht! Jetzt, 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 jetzt! Warte! Ja! Okay, los! Okay, Jungs, bitte geht's nicht runter! Hat er verdient! Okay, sehr gut! Okay, warte, warte! Was ist jetzt? Und? Aktiviert rund! Danke, ja! Und pink! Oh Gott, da müsst ihr beide drauf stehen bleiben, ne? Okay, das ist, das ist leicht! Hä, guck mal da, er kommt da nicht weiter! Selbstschuld, selbstschuld! Okay, kommt hier drauf! Zack! Oh, wir haben Beeilung, Jungs! Ganz schnelle Beeilung! Easy! Und hier den Morph wiederholen! Oh, wer ist das? Den Cameraman Morph! Guck ihn dir an! Gucken wir, wie wir aussehen, Alter! Ich bin doch Cameraman! Oh, jetzt sind wir schon beim Titan Speaker Man, Alter! Das kann was werden! Jetzt haben wir auch so frei, jetzt können wir auch reingehen! Oh mein Gott, das sieht schon fair aus! Zeit, das ist Zeit, geh rauf! Und los! Oh Gott, oh mein Gott! Oh, wir haben alle geschafft! Ey, komm mit! Das ist der, das ist der! Was? Und weg ist er! Alter, schafft es! Das ist der Spannende! Oh mein Gott! Schiebung! Schiebung, Leute! Warte, warte, jetzt einmal alle rauf! Und dann muss einer von uns ganz schnell rüberschieben! Warte, warte, wir positionieren ihn erst mal gut! Doch, wir haben nur gewisse Zeit, wir haben nur gewisse Zeit! Wir haben, glaube ich, einen Timer, um ihn rüberzubringen! Okay, let's go, geh rauf, geh rauf, geh rauf! So, warte, ich positioniere ihn! Geh rauf, geh rauf! Ja, das ist gut, das ist gut! Let's go! Zusammen! Los, Jungs! Oh, das wird knapp! Der ist schwerer! Der ist schwerer! Ey! Zurück, zurück, zurück! Das ist nicht euer Ernst! Rück, zurück, zurück! Rück, zurück! Rück, zurück! Rück, zurück! Rück, zurück! Ich glaube, es ist besser, wenn einer den schiebt! Ich glaube, es reicht, oder? Das geht gar nicht! Das geht nicht! Warum musst du dritt schieben? Wie, das geht nicht? Guck mal, wie stark ist er? Alleine mache! Digga, was ist das? Was ist denn da los, Hulk? Jungs, ich bin stark, Alter! Deswegen, geh mal auf die Dinger hier rauf! Hey, ich dachte, du bist Leon! Ja, hallo! So! Okay! Und jetzt, weg da, weg da, weg da! Weg da! Kaspar! Mach doch! So, ich mach hier schon! Wir müssen alle hier drüber! Oh, Kaspar! Nein! Das war so klar! Ich hab gesagt, geh weg! Jungs, hier unten! Ich warte auf euch! Aber immerhin ist er drüben! Immerhin ist er drüben! Okay, so! Ich bin hier! Wie kann man herunterfallen? Also wirklich! Passiert mal! Okay, denkst du, der Würfel ist noch drüben? Außer man geht jetzt hier rauf! Nein! Das würde ich doch niemals machen! Jetzt einfach rauf gehen! Dann hier den grünen, Leute! Oh, den gelben! Jetzt guck jetzt, guck jetzt! Ja, ich seh's auch grad! Zack! Jetzt ist einer hier drauf, einer hier drauf! Einer muss auf die andere Seite! Ich bin der Schieber! Jetzt ist der kein Schieb! Schieb! Oh, schieb! Schieb! Alter, wie gut! Alter, er ist Profischieber einfach, als würde er nichts anderes machen! Oh mein Gott! Das ist richtig verrückt! Okay, hier! So, zack! Bam, Leute! Der Titan-Speakerman-Boss! Alter, was? Guck ihn dir an! Der sieht richtig cool aus! Zeig mal! Ich kenn den gar nicht! Oh mein Gott, der ist noch ein Mini! Hä? Wir sind echt so klein! Der ist doch nicht Titan! Das ist der Baby-Titan vielleicht! Was ist das denn? Mann, ey! Falls euch diese Teamwork euch schon gefallen hat, dann wollt ihr auf gar keinen Fall jetzt hier die nächste verpassen! Die ist richtig cool! Was geht ab, Leute? Wow! Was geht's? Ey, wir machen heute das 3er-Koop-Level, ne? Das wird richtig krass werden! Komm mal rein jetzt hier! Rein hier, rein hier! Oha! Oha! Okay, ich fang an hier, Jungs! Ihr müsst draufgehen! Okay, ich geh aufs Rote dann rauf! Ich geh jetzt hier aufs Rote rauf! So! Was machst du denn? Er ist so unkorrekt, ne? Schnell, mach schnell! Er ist so unkorrekt! Ey, er ist so ein unkorrekter! Okay, Kasper geht durch! Ich mach das für euch! Ne, ich mach jetzt! Nein, warte mal! Mirkan, hallo! Mirkan, wir brauchen dich, Mirkan! Wir brauchen dich! Ja, das ist auch das 3er-Ding! So, das heißt jetzt hier! Du musst draufbleiben, Kasper! Los! Jetzt muss Mirkan aufs Riehende gehen! Ja, okay, okay! Hey! Ist automatisch hochgefahren! Bro, Kasper ist echt so ein unkorrekt, oder? Ist automatisch hochgefahren, weil Mirkan rüber gelaufen ist! Kasper! Nochmal, nochmal! So! Alter, Jungs! Mirkan, du musst dich! Jetzt geht's blau! Los! Mirkan, schnell! Ich geh rüber! Ich geh nicht rüber! Ja, automatisch hochgleich! 3, 2, 1! Oh, let's go! Geht er eben nicht! Okay! Let's go! Mach auf hier, Leon! Nö! Let's go! Wir sind's doch einfach! Oh, siehste! Aber wo war der Diamant? Habt ihr mal Glück gehabt! Ich gebe den kleinen Diamanten! Stimmt, ja! Verdammt! Ich bin nicht gesehen da oben bisher! Oh nein! Okay, dann finden wir jetzt alle Diamanten! Okay! So! Hier geht's weiter! Und hier... Drück mal drauf hier! Ich drück drauf! Ja, danke! Leon, du musst auf Rot! Leon! Auf Rot! Okay, und? Oh nein! Oh, es tut mir leid! Geh drauf! Ja! Oh! Das ist wirklich die Kaunse, okay! Ey, wieso? Was meinst du denn? Ja! Oh! So, jetzt kommt hoch hier! Ey! Guck mal, hier, Leon! Alter! Ähm! Kriegt man den? Hier unten ist gar nichts! Hier unten ist gar nichts! Was ist da? Hä? Wie kriegt man den denn? Du nett, Kaspar! Danke! Komm, komm, komm! Oh! Was? Was? Alter! Digga, aber nicht schlecht! Das ist hier irgendwo ein unsichtbarer Eingang, ne? Oder? Dann bist du da rumschwollt! Hä? Tatsache! Was? Was meinst du? Was meinst du? Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest! Wie, ich auch nicht! Ja! Wie? Wie, wo seid ihr? Seid ihr? Hä? Hä? Wir sind runtergefallen! Wir sind runtergefallen! Hä? Wo seid ihr? Nein! Komm, schnell rein! Lass schnell was! Warte, 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 warte! Was ist gegen mich? Komm, 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 komm! Los! Warte! Das ist Teamwork, Obi! Das ist Teamwork, Obi! Hä, was meinst du? Was ist Teamwork, Obi? Machen wir doch! Nein, ich bin gar nicht! Nein! Neeeeein! Okay, 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 okay! Okay, wenn ihr so umgeregt seid, ne? Ich merke mir das! Ne, ich bin, hä? Ich bin korrekt! Ach, da ist alles entspannt hier! Nichts los! Das war gerade mal leicht, ne? Ja, wir haben gleich was richtig schweres, wo Mittel und sowas steht, ne? Warte, was ist denn das jetzt schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ähm... Einer muss auf... Ah, komm, auf Gelb! Geh mal auf Gelb! Okay, und jetzt? Und jetzt? Jetzt war richtig rüber! Und rauf hier, ja? Das kann so hart hoch sein! Okay, 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 und jetzt? Ich... Ich komm so ja gar nicht rüber! Hä, stimmt! Ey, du musst... Warte mal, ich kann den Ding hier bewegen! Möckern, geh rauf! Ah, okay! Okay! Warte, warte, warte! Ready? Oh, ja! Und los! Und let's go! Beides! Beide! Jungs, bitte! Hilf mir! Okay, jetzt! Okay! Ey! Bitte! Ey! Let's go! Ah! Ah! Okay, okay, okay! Okay, dann als erstes das... Ey! Oh mein Gott, Digga! Dreh mal! Dreh mal! Ey, Digga! Dann fährt der doch runter dann! Was denn? Okay! Oh, okay! Er macht den Schlauen! Dreh das Roter! Dreh das Roter! Ich helf euch jetzt! Ach, Mann ey! Was ist das? Oh, wir bauen beide! Ja, ja! Pass mal, geh rauf auf gelb! Okay! Also echt! Ihr seid doch ungerecht! Ich würd sagen, wer jetzt trollt, der hat verloren! Ja, ja! Okay! Oh mein Gott! Aber jetzt zurück auf drauf, Digga! Jetzt zurück auf drauf! Warte, nein, nein, nein! Noch nicht, noch nicht! Wo ist der Diamant? Wo ist der Diamant? Ich bin der Diamant nicht! Wo ist der Diamant? Hä, stimmt! Irgendwo ist der Diamant versteckt! Ja, ich weiß wo! Locker da unten oder so! Ich glaub, er hat seinen Lederrand entlang! Ich glaube hier! Ich glaub hier in dem! Tatsächlich! Oh mein Gott! Wie? Tatsächlich! Ach, ich wohne in mir! Yo! Oh ne, Mürkan! Du musst ihm helfen! Ey, Pipze! Kasper! Ey, das ist nicht so! Wie denn? Jetzt schnell, Mürkan! Ach, Mann ey! Mann, was machst du denn aus? Ja, Bro! Ich hab' ja wieder zurückkommen, Alter! Das geht doch gar nicht! Muss ich zurücksetzen, anders geht's nicht! Hast du den Diamanten bekommen? Na normal hab' ich den bekommen! Wo war der? Unten im grünen! Musst du genau rauf spielen! Halt's auf! Er spielt einfach ins grüne rein! Ach, wie kam das so unkriegt sein! Hast du den Diamanten bekommen? Okay, klar! Easy jetzt! Easy jetzt! Ja, nimm du den! Nicht rüberlaufen! Nicht doppelt rüberlaufen! Warte! Warte! Ja! Okay, alles gut, alles gut! Oh mein Gott! Okay, dann kommt! Let's go, Jungs! Alter, mach doch! Mach doch! Off we go! Guck mal, die Map heißt sogar Go! Oh mein Gott, ich weiß, wo der Diamant... Hast du gut gemacht! Wo ist der Diamant? Komm mal mit! Wenn ihr mich rüberholt, sag ich euch, wo der Diamant ist! Ja, wirst du das schon! Ja, ja, ja! Ach, warte mal! Hä? Was ist das denn? Warte mal, aber... Hä? Können wir mich bitte rüberholen! Hä? Hä? Wo soll das sein? Hä? Warte mal! Hier ist ein Knopf, aber... Jiiiihihi! Der muss doch den Knopf irgendwie rauf! Mit Teamwork! Und dann spawnt der! Nein, nein! Geh da hin! Geh da hin, Kasper! Nein, nein! Du musst den Knopf drücken! Ja, ich geh rüber! Ich geh rüber! Ich drück den Knopf! Hab ich? Ja! Oh mein Gott, korrekt! Danke! Hä? Du hast uns eingesperrt! Hey! Wir kommen nicht mehr raus! Oh, der ist raus! Okay, danke! Okay, okay! Ich brauch den Diamanten nicht! Ah! Das sagen Verlierer immer! Das ist ja korrekt! Ich hab so schon genug Diamanten! Ah, okay! So'n Ding ist das also! Dann geht's jetzt geradeaus! Geradeaus heißt das! Let's go! Oh! Ohi! Jetzt brauche ich Hilfe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Einer muss da! Einer muss da auf diese Etage gehen! Das ist ja nicht echt! Oh, Ehrenmann! Drauf da! Okay, blau! Zack! Schwarz! Ja, ja, ja! Stark, stark, stark! Jetzt brauche ich blau! Lila! Ja! Perfekt! Ich brauche... Warte nur schwarz! Ja! Äh... Kin... Ey! Schwarz? Habt ihr schwarz? Nee, wir brauchen mal eben von eben, Bro! Ich kann jetzt rüber! Jetzt können wir beide rüber! So, bleibst du, bleibst du, bleibst du! Hä? Hä? Ach! Okay, kommt hoch! Okay! Ja, wie denn? Warte, wo hast du denn schwarz gebraucht? Ich find einen Diamanten! Find einen Diamanten! Tu mal schwarz, tu mal schwarz! Hier ist kein schwarz! Hier ist kein schwarz! Achso, aber wie komm ich jetzt hier hoch? Sam! Egal, wir gehen jetzt durchs Ziel! Hä? Bro! Ja so, Bro, bitte! Mach nochmal weg! Mach nochmal weg! Ich hänge hier mitten in der Box jetzt, Digga! Mach nochmal weg, bitte! Ich hänge hier mitten in der Box, Digga! Komm hoch! Okay! Woher waren denn schwarz? Die hätten wir dann tun können! Ja, ich... Kriegen wir nicht! Kriegen wir nicht! Kein Problem! Okay! Also das war doch easy! Jetzt kommt schwer, ne? Jetzt kommt... Oh, hart! Climetime! Okay! Oh Gott! Jetzt geht's richtig ab! Okay! Oh Gott! Drück auf Geld unten! Gelb! Ey! Woher wusste ich, dass sowas passiert, Digga? Woher wusste ich, dass solche billigen Tricks passieren? Also wirklich, ich bin jetzt auch hier unten und warte bis... Blau! Lila! Oha! Hey Digga! Mirka! Ey, das war... Das war Leon! Das war's nicht klar... Klar, ist klar! Okay! Allt ist egal, was da wirklich... Mirka, wir sind so ungerecht! Oh, es war's nicht schwer! Bro! Oh, ey! Wirklich jetzt! Guck mal! Ich troll nicht mehr! Es ist Lila! Ja wirklich, wie kann man nur so ungerecht sein! Müsste doch auf Lila gehen! Oh, Digga! Oh! Das war's gut, ich hab' wieder! Juck! Meine Bank! Bitte! Ja, okay, ich geh' jetzt wieder auf die Laufen! Alter, ich geh' wieder auf die Laufen! Ey, das ist jetzt egal! Nein, Bro, gut an, bleib'n! Okay, ich hab' jetzt'n shaked, ich hab''n shaked! Okay, ich geh' rüber! Oh! Ich glaub, der hat sich da auch... Ich glaub' der hat sich da auch auf die Laufen. Ich glaub, der hat sich da auch auf die Laufen! Ich glaub, der hat sich da auch... Das habe ich original 100 Mal gemacht Digga, das will nur mal sagen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich geh rüber. Bring doch nix an, weißt du. Kann man nix sagen Digga, ist halt wie süß. Probier dein Glück, gib dein Glück. Geh Möcker, geh rüber. Zumal! Guck mal, ich troll nicht mal, ich werd getrollt. Er trollt einfach Digga. So, jetzt schaffe ich es. Du musst nur eine Sekunde Zeit, wenn man drauf geht Digga. Du musst wirklich schnell hoch. Kasper! Hallo! Warte, er dreht durch. So, jetzt schaffe ich es, ich habe ein gutes Gefühl, dass ich es jetzt schaffe. Ja, weiter weiter. Kasper, du rüber, du rüber. Nicht rück mich durch. Zack! Ja! Oh mein Gott, das war so knapp. Hast du jetzt? Welche Farbe? Schwarz, oder? Hä? Ne, erst... Als Akt... Aber... Wie sollst du das schaffen? Wie sollst du denn jetzt auf Blau kommen? Okay, geh rüber, schnell! Warte, ihr müsst jetzt springen! Ach Digga, unmöglich! Das geht so nicht! Ich bleib auf Blau hier unten dann. Ah... Ah... Oh mein Gott! Ah... Und dann... Okay... Hä, wie smart! Okay... Okay, okay, okay... Dann geh du auf Lila, Leon? Ich check, ja, ich check. So... Lila? Ne... Hä? Nichts gebracht, oder? Dann geh du mal auf Blau, Leon. Ach, jetzt! Okay... Okay... Jetzt, ich geh auf Gelb. Okay, geh auf Gelb, ja. Okay... Dann geh ich jetzt hier auf... auf Blau. Ja... Sehr gut! Sag Bescheid! Hä? Blau bleibt! Hä? Blau bleibt Lila auch? Ich bin schon da, Jungs! Was geht's? Hä? Ist alles entspannt hier. Okay, auf die Box! Auf die Box! Auf die Lieberne Box! Auf die Box! Okay... Okay, mach du! Rote! Ja, warte! Nochmal, nochmal! Rote! Okay, rote! Wie kann man so sein, Digga? Also, wie kann man nur so drauf sein, Digga? Das... Ihr wart doch mit Absicht! Ihr wart doch mit Absicht! Ey, ich nicht! Achso, es tut mir leid, oder? Ja, du legst auf die rote rauf! Ey, was denn jetzt? Bro, du sollst auf die rote unterbleiben! Ja! Warte, warte, warte doch! Ja! Okay, sag, bin ich... Und... Bin ich doch da! Warte, hier ist das Rätsel! War natürlich nur Spaß! Vielleicht erst mal drin, tschüss! Ahhhh! Okay, das war wirklich schlecht! Hey! Was ist hier oben? Das geheime Level! Hier unten ist noch eins! Hier ist das geheime Level, Bro! Hier unten! Sprungzeit! Oh nein! Oh oh! Warte mal, was? Hä? LOL! Okay, warte mal, warte mal! Okay, rot! Rot! Jetzt... Blau! Ne! Ja! Blau wegmachen, blau wegmachen! Und dann durchspringen! Ey! Kas, was wir brauchen, wir brauchen... Jungs, wir brauchen noch... Ey, wir brauchen zwei! Guck mal, jetzt ist rot! Ja! Ja! Und die andere... Ja! Ich kann es nicht alleine machen! Ja! Oh mein Gott, warte jetzt! Äh? Ja! Ich fall zur Seite! Jetzt kann ich euch holen! Hier, ich mach euch! Was braucht ihr? Blau? Möckern, geh rauf! Ich mach rot für dich, Möckern, komm! Ne! Geh auf blau rauf! Was denn? Ich will auf blau! Ah! Oh mein Gott! Ich will aufhören! Oh mein Gott! Ich bin voll weit! Ich bin fertig! Ihr bist denn fertig! Er trollt! Der Typ trollt! Der Typ trollt! So jetzt! Auf blau, ja? Geht nicht! Hast du auch deine geilen Diamanten eingesammelt, Kaspar? Geh mal auf blau! Geh mal auf blau! Okay, warte! Ich bin auf blau, ja? Junge, Alter! Ja Jungs, ich bin schon beim Ende! Ja ich nicht! Weil du auch egoist bist! Weil du auch egoist bist! Rot! Blau! Ey, egal! Guck mal, ich hab's auch geschafft! Guck mal! Level verlassen! Danke! Zurück zu sparen! Ich hab's geschafft! Wuhu! Und auch geschafft! Und... Ganz besonderes Zeichen! Wo wir... Alle... Dreier Level geschafft haben! Muss ich ja sagen! Sehr gut! Oh! Was geht ab, Leute? Oh! Was geht? Guck, wir müssen uns heute für eine Sache entscheiden! Und zwar entweder... In der Hölle sein! Sei im Himmel oder in der Hölle! In der Hölle! Himmel! 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 Ich will auch lieber im Himmel sein! 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 Nimm's nicht hier mit! Jungs! Ich... Geh rüber, Möckern! Möckern! Oh mein Gott! Ich geh hin! Er will in... Er will in die Hölle! Woh! 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 Aber der Weihnachtsmann macht gute Laune, weißt du, bei Kindern und so. Ich mach Weihnachtsmann, ich bin der Weihnachtsmann. Ich will Weihnachtsmann sein. Ich mach Rehntier. Was? Jungs, hier oben bin ich. Alter, ich kann fliegen. Okay, reichte mal auf mir. Hier, das bin ich. Warte, warte, warte. Ja, geh rauf, geh rauf. Ich bin der Weihnachtsmann, ich reite auf dem Schlitten und noch auf keinem Rentier. Ho, ho, ho. Oh, ich freu mich schon richtig auf Weihnachten. Das wird richtig cool werden. Ey, Jungs, warum bin ich immer noch der Weihnachtsmann? Hä? Ich bin kein Rehntier mehr. Oh mein Gott. Werde ein Dinosaurier oder werde ein Einhorn? Oh mein Gott, also. Oh, Dino, 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 Alter. Dino ist viel cooler. Leute, Dino ist viel cooler. Stell dir vor, du möchtest ein Einhorn sein. Digga, Möckern, mach das. Der Möckern, mach das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind T-Rex. Oh. Oh. Oh, guck, was für Mülleinhörner das sind. Das sind ja richtig schlecht. Das ist wieder Plüsch-Einhörner. Ja, Mann. Macht mal euer T-Rex-Geräusch. Macht mal euer T-Rex-Schrei. Ich bin gar kein T-Rex. Dann macht dein Einhorn-Schrei. Dann macht dein Einhorn-Schrei. Dann macht dein Einhorn-Schrei. Was war das denn? Ich war auch jetzt mein T-Rex. Ich bin wieder der Weihnachtsmann. Ich bin auch der Weihnachtsmann. Was soll'n das? Ich bin doch ihr beiden, ne? Nur nur ihr beiden, oder? Ne, drei Leute. Ich bin so in Weihnachtsstimmung, dass ich nicht mehr das Kostüm ausziehen möchte. Da ist ganz schön Eis noch da drin. Ja, und der Bart, der juckt auch voll. Das ist ja so ein aufgeklebter Bart. Wie Läuse, Läuse, Läuse. Oh Gott, wir haben als nächstes. Sei ein Clown. Oder ein Kobold. Also ich sag euch ehrlich, ich bin lieber ein Kobold als ein Clown. Ja, Jungs. Ich mein, ich heiß Kaspar. Ich muss den Clown nehmen. Du musst schon den Clown nehmen. Also ich nehme Kobold. Weißt du warum? Weil die immer so'n riesen Topf voller Gold und Pfahler haben. Alter, ich bin aber ein Horror-Clown. Ich bin ein Weihnachtsmann-Kobold. Ich auch. Zeig mal, warum bist du. Oh ja, stimmt. Guck mal, wie ich auch so. Digga, was hast du auf dem Kopf, Bro? Ich weiß es. Was ist denn das? Was ist das? Deine Hose. Alter, wie Kaspar aussieht. Warte mal, Kaspar, guck mich mal an. Alter. Was ist los? Wie sieht der Clown? Guck mal, ich bin ein Kobold. Ich bin ein Weihnachtskobold. Digga, was hat mir auch gerade auf dem Kopf? Einfach so Teufelhörner. Einfach Teufelhörner. Einfach Teufelhörner. Guck mal, Kaspar hat so dünne Beine. Guck dir das mal an. Das sind echt die Stockbeine. Gar nicht. Als würde er aber so ein Pirat sein mit zwei Stöckern. Hört auf, oder? Ich bin unter eurem Bettock nach. Ich erschrecke. Na gut, okay, okay. Ey, wir haben das nächste Ding jetzt. Das nächste Ding. Sei ein Roblox-Spieler oder sei ein Roblox-Mitarbeiter. Oh mein Gott. Mitarbeiter ist auch krass, ne? Wir können auch Spiele selber machen. Ich bin lieber der Spieler. Ja, Mann. Ehrlich? Ja, Mann. Obwohl, ne, Mitarbeiter muss man auch arbeiten. Ich will Spieler sein. Ich will... Oh nein. Was bin ich denn jetzt? Was bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich bin Roblox-Mitarbeiter. Ah, ich bin immer noch der Clown. Ich bin immer noch der Clown. Ich bin so ne heile Mischung. Guck das mal, was ich anhab. Digga, wie seh ich aus? Ich bin Mitarbeiter halb Clown. Wo bist du denn? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist gar... Wie sieht Leon aus? Wie krass. Digga, wie ist der Anime-Charakter? Alter, der sieht voll hässlich aus. Digga, ich sehe auch zu Clown, man. Cool, der war ne Zahnspange. Was denn das? Alter, gut, der auch im erstes Bauarbeiter hier. Oh mein Gott. Was hat der für nen Kopf? Ich muss meinen Charakter... Ich setz meinen Charakter jetzt zurück. Ich setz meinen Charakter jetzt zurück. Ich setz meinen Charakter jetzt auch mal zurück. Ich setz meinen Charakter jetzt auch mal zurück. Ich setz meinen Charakter jetzt mal aus. Okay, sei Roblox? Oder ist Eiscreme, die nach... Ah, ah, schmeckt. Oh Gott. Iiiiih, sei Roblox dann. Mirkan und du mal Gattenseite. Wer möchte denn das, Mann? Iiiiih, und jetzt? Jetzt wird Mirkan zu Eiscreme, glaube ich. Das dauert doch kurz. Ich möchte Eiscreme. Iiiiih. Iiiiih. Iiiih. Das ist doch kein Eis. Ich esse das jetzt. Ey. Ey. Die ist schon Geld. Die ist schon ganz schlecht. Du verlierst Leben. Du verlierst Leben. Du verlierst Leben. Oh Gott. Oh Gott. Ey, warum bin ich so ein glücklicher Mitarbeiter von Roblox? Warum bin ich so glücklich? Nein, du bist Roblox. Ich lache. Wir sind Roblox. Ach, wir sind Roblox. Ah. Sei ein Dämon oder sei ein Engel. Oh. Das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig. Oh, Jungs. Entscheidet euch schnell. Entscheidet euch. Das ist so ein Smiley Boy. Ich lass jetzt einfach den Zufall entscheiden. Billy. Billy. Wo ist Billy? Oh mein Gott. Nein, jetzt bin ich ein Dämon. Nein, jetzt bin ich ein Dämon. Oh. Ich bin auch Teufel. Was ist das denn? Oh. Oh. Alter, ich kann ja den Himmel gehen. Ich bin ein Teufel, aber bin trotzdem im Himmel. Ich bin auch im Himmel. Oh mein Gott. Alter, ich bin... Oh. Jungs. Oh. Alter. Ich bin auch im Himmel. Nochmal, nochmal. Ich auch nochmal. Ich fall voll runter jetzt gerade. Ey, der eine verbrennt. Wenn die Engel rüber gehen, verbrennen die. Oh mein Gott. Aber die Teufel können in den Himmel? Oh mein Gott, ich brenne. Guck mal, ich spring jetzt ganz von unten runter. Ey. Alter. Warum brennst du Mökern? Ich bin down gegangen. Oh mein Gott, nein. Niemals. Wie kannst du brennen als Dämonen? Ey, wenn man durchs Feuer läuft. Dann hast du halb Engel, halb Dämonen, Digga. Irgendwie, ne? Irgendwie. Ich weiß es nicht. Dann warst du ein Fake-Dämonen oder so. Dann warst du ein Fake-Dämonen. Oh nein. Süßigkeiten essen oder Schokolade essen? Schokolade. Ey, Schokolade zählt doch mit zu Süßigkeiten. Also eigentlich schon. Ja, aber Schokolade ist schon krass, Alter. Was wollt ihr lieber? So Haribo oder so Schokolade? Nein, Schokolade ist schon viel besser. Schokolade, Schokolade. Auf lange Sicht. Ich nehme auf jeden Fall Schokolade. Süßigkeiten. Oh mein Gott. Und jetzt? Nomm, nomm, nomm. Nomm, nomm, nomm. Was ist eure Lieblingsschokolade? Sag mal. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Kinderschokolade. Echt nicht? Oh mein Gott. Ich esse meine Schokolade, aber die wird nicht weniger. Meine auch nicht. Ich glaube, ich leck die nur ab wie eine Eiscreme. Ich werde die Schokolade auf jeden Fall nicht mehr los. Oh. Sei klein, aber schnell. Sei groß, aber langsam. Ich habe mich entschieden. Boah, klein und schnell wie eine Maß. Nein, natürlich groß. Was? Aber okay, auch nicht schlecht. Du kannst so viel mehr zerstören. Ja, ich will auch groß sein. Aber mit großem bist du auch ganz langsam. Ich will jetzt auch, ich will jetzt ein großer Dämon. Oh. Jux. Boah. Boah. Ich schrumpfe. Boah. Boah. Guck mal. Alter. Murkarnis. Du siehst ja richtig dick aus. Ihr lauft ja wie ein Slow-Mo. Mit Schokolade. Yeah. Meine Schokolade ist immer mitgewachsen. Meine Schokolade ist so groß wie die anderen, die Kleinen sind. Guck mal, hier bin ich, Jungs. Ich geh mal auf einer von euch drauf jetzt. Seht ihr mich? Hier. Ich stehe still. Hinter euch. Hier stehe ich. Wo bist du? Hier unten. Hier. Der Teufel. Auf ihn raub treten. Auf ihn raub treten. Jungs, warte. Ich bin keine Fliege. Auf ihn rauf, auf ihn rauf. So, komm mal hier. Alter, nein. Ich schrumpfe wieder. Ey, das wäre cool gewesen, aber ich schrumpfe. Alter, haut raus hier, Jungs, schnell. Schnell, schnell, haut raus hier. Weck ihn. Meine nicht mehr. Das war echt die coolsten, würdest du eher fragen. Aber ich habe noch ein geheimes Video für euch, weil ich es auf gar keinen Fall verpassen wollte. Yo, Kaspar, guck dir mal dieses coole Skateboard von mir an. Ey, cool sieht das aus. Das fährt von alleine. Das fährt von alleine, das ist cool, oder? Aber das Ding ist, Kaspar, heute ist es ernst. Denn wir müssen eine Entscheidung treffen. Und zwar nicht nur einmal, sondern oft. Guck dir das schon an, die nächste Runde beginnt schon. Und wir müssen immer... Entweder oder ist es, oder was? Genau, entweder oder. Und dann müssen wir uns immer entscheiden. Also entweder hast du große Füße... Haben sie große Füße oder haben sie einen großen Kopf? Oh Gott, nein. Oh, ich sag dich auch lieber an große Füße. Ja, ich auch. Bin lieber ein Clown als nach einem Ballonkopf oder so. Ja, überleg mal. Aber guck mal, ich meine, die Füße, da ziehst du einfach Schuhe an und schon siehst du... Ah, ey. Nein. Guck mal, die haben alle großen Kopf, ey. Der auch mit seinem Haus. Der aussieht. Aber guck mal, ich finde die großen Füße, finde ich besser. Die sehen schon cool aus, ne. Als hätten wir irgendwelche... Ja, auf jeden, auf jeden. Weiß nicht. Guck mal, als irgendwelche Riesenlatschen oder sowas an. Überleg mal, wenn du so einen Kopf hättest, also das geht... Weil der hier auch mit seiner Schatztruhe halt kommen. Der mit seiner Schatztruhe ist auf jeden Fall ganz heftig unterwegs, ey. Ja, auf jeden, auf jeden. Okay, das nächste Ding ist auf jeden Fall schon, die nächste Frage geht es schon los in vier Sekunden. Ja, ich bin gespannt, was es wird. Und ich bin auch selber gespannt. Und? Würdest du... Nächste Runde. Seien sie ein epische Nine-Cat oder ein superschneller Löwe. Ich möchte Löwe sein. Oh, Löwe natürlich, sag mal. Löwe auf jeden Fall, Caspar. Pass auf, und jetzt... Du wirst jetzt gespannt sein. Wir sehen jetzt einen superschneller... Oh, yeah. Oh, guck mal da drüben. Guck mal da drüben. Ey, die sind einfach so kleine... Ist so... Nee, nee, nee. Die fressen wir jetzt zum Frühstück. Ey, das ist ja richtig, richtig krass. Guck jetzt mal hier an, Alter. Ey, wie das aussieht. Ey, ich möchte... Aber geh mal in First Person. Das ist... Man ist voll schnell. Das ist voll abgespaced oder so. Guck dir mal den Löwen von vorne an. Der sieht auch echt krass aus. Der sieht cool aus, ne? Cool gemacht auch. Was ist denn mit dem hier nicht? Die Nine-Cat, die ist hier irgendwie in der Wand oder so. Keine Ahnung. Stimmt, ja, ja. Aber die Nine-Cat, die esse ich zum Frühstück, ne? Die esse ich auch zum Frühstück. Die haben keine Schnitter hier. Guck mal, wir können hier sogar... Ey, Leute, wir können noch weiterlaufen. Oh, es geht schon direkt weiter. Oh, die nächste Runde. Einen Cheeseburger essen. Einen Cheeseburger oder eine Pizza. Oder eine Pizza essen. Oh, das ist schwierig. Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Beides lecker. Ich meine, so ein geiles Stück Pizza oder... Pizza, Pizza, Pizza. Pizza, 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 Pizza. Weil Cheeseburger... Oh, guck mal. Oh, lecker. Lecker Pizza. Yum, 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 yum. Und guck mal, die da drüben essen Burger, ne? Oder? Ja, die essen echt Burger. Ja, guck mal, sieht auch... Kannen wir uns denn nicht noch Burger schnappen oder sowas? Ja, ich glaub nicht. Du hast dich für eine... Was ist deine Lieblingspizza? Du hast dich für eine Pizza entschieden. Mh, Salami. Da bin ich einfach. Oder Fungi. Salami? Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Schmeckt auch sehr gut. Ja, auf jeden... Oh, es geht schon direkt weiter, sehe ich gerade. Direkt schon gleich, direkt weiter. Oh, okay. Wir warten mal. Mal schauen, was als nächste Frage kommt. Wir haben jetzt... Oh, pass auf deinen Namen auf oder pass auf meinen Nachbarn Totoro auf. Totoro? Hä? Ich passe auf meinen Namen auf, hä? Ich passe auch auf meinen Namen auf. Hä, ist doch voll... Hä? Hey, wer läuft als ich rum? Hä, Kasper? Du läufst als... Ich bin eine andere Person? Lauf als du rum. Ich bin du. Wieso bin ich irgend so ein anderer? Wer bist du denn? Ich bin der hier. Ich bin der hier. Ach so, ach so. Hi. Hi, wie du? Ich bin Box. Ich möchte wieder ich sein. Ich bin Box. Da ist auch jemand ich. Also das ist schon cool, ne? Oh, Manu, ich wäre lieber ich geblieben. Die nächste Frage beinhaltet einmal ein Kone sein oder ein Verkehrssignal. Das ist, glaube ich, so ein Hütchen. Ich will aber so ein Verkehrssignal sein, muss ich sagen. Ich mach mal Hühnchen. Ich mach mal Hühnchen. Du bist ein Hühnchen dann? Okay, mal gucken. Ah. Yo. Ich bin der Ampel. Der Liedernde, ich bin der Liedernde hier. Ich bin Ampelrucksack. Wo bist du? Ich bin hier oben, hier hinten bei euch. Guck mal. Ich bin Ampelrucksack. Einfach Ampelrucksack. Guck mal hier. Nee. Nee. Ich denk, wie ich mich drehen kann. Guck mal hier. Überall ist Kreuzung. Ihr wisst nicht, was jetzt gerade ist. Rot oder Grün. Ihr werdet es nie erfahren. Warte mal, kann ich mich da raufstellen? Guck mal hier. Ja, du kannst schon ein bisschen, du kannst dich da raufstellen. Aber geht nicht. Ey, das sieht richtig richtig crazy aus. Aber die nächste Runde, die geht auch schon los, ne? Die nächste Runde fängt an. Oh, die nächste Runde. Oh, geht schon in sechs Sekunden los. Pass auf. Diesmal sagen wir direkt, ohne was zu wissen, sagen wir direkt, wir gehen auf Rot. Okay? Mal gucken. Okay, okay. Und ich bin gespannt, wir dürfen nur auf Rot gehen, Kaspar. Und, oh, Dreck essen oder Sand essen. Okay, dann sind wir, haben wir eigentlich, wir haben uns ganz gut entschieden, ne? Wir haben uns ganz gut eigentlich entschieden, ne? Also wir müssen halt Sand essen, oder was? Ähm. Und scheint. Ach, nein. Yum, 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 yum. Ey, wir werden ganz sandig, ganz gelb. Schlimm. Guck mal, die werden einfach ganz, die werden ganz dunkel. Ich werde grün. Wirst du grün? Ich werde grün, ja. Ich werde sandig, gelb. Ich seh. Du wirst doch auch grün, Leid. Meine, mein, mein, mein Wassergehalt wird aufgesaugt. Ja, ja, ich glaube, dir ist ganz schlecht auf einmal, oder nicht? Dir ist ganz piebel, ganz kummelig. Ja. Oh mein Gott, so viel Sand auf einmal. Ich kann das nicht mehr essen. Das hat echt mega viel Sand, ne? Das hat echt mega viel Sand. Es geht auch schon weiter hier, glaube ich. Okay, wir müssen direkt in die nächste Runde. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall wieder entscheiden, Kaspar. Wir können gleich mal in den Geschäft gucken, ob wir uns da noch etwas holen können. Oh, stimmt, stimmt. Das können wir auch gleich machen. Nächste Runde? Okay, komm, wir gucken, wir gucken. Nächste Runde geht los. Und diesmal haben wir jetzt, oh, ein Alien oder ein Roboter? Ich bin ein Roboter, Otter, Otter, Otter. Du bist Boxo. Ich bin ein Roboter, Otter, Otter. Ich komme in Frieden auf die Erde. Hallo, ich bin Box3CO, willkommen. Ihr werdet zerschmashed. Wenn ich euch auf meinen Planeten sende, dann war es das mit euch. Ich bin Box3CO, suche Software raus, muss Software finden, Download, Download viel geschlagen. Außer Kontrolle. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Seit wann bist du ein chinesisches Alien? Ich bin außer Kontrolle. Außer Kontrolle. I, oh, ah, ah, ah. I, oh, ah, ah. I, oh, ah, ah, ah. Oh Gott, nächste Runde geht schon los. Ich muss mich vorbereiten. Bip-bop. Zu viel Belastung. Haben Sie ein Bagel oder haben Sie ein Donut? Oh, da weiß ich ganz genau. Oh, Donut, Donut. Magst du Bagels? Ich mag Donuts, viel lieber. Magst du Donuts mit Füllung? Kommt drauf an, welche... Ey, bist du auch fast pöstend? Ja. Ey, Donut! Donut, Essen, Schlag, Essen, Schlag! Essen, Schlag, Essen, Schlag! Oh mein Gott, oh Gott, ich hab schon einen erwischt. Oh Gott. Oh Gott. Ey, ich hab schon zwei erwischt hier. Wo bist denn du? Aua, ich hab einen Donut in mir hängen. Ach, du bist die Frau da drüben? Nee, du bist doch der Roboter. Komm, die haben wir hier gleich. Ah, schnapp sie dir. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Ja! Die Aliens gewinnen immer. Nicht schlecht. Die Roboter meine ich, nicht die Aliens. Das war Fehler in der Software. Komm mal hier kurz zum Laden. Fehler in Software. Ich möchte aber eins von zwei Chancen, eine Million zu gewinnen. Ich gewinne jetzt eine Million. Okay, ich mach die Chance, ich mach die Chance. Bitte, 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 bitte. Bitte eine Million, bitte eine Million. Und? Nein. 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 Die sind einfach gewonnen. Die haben einfach gewonnen. Nicht Sinn. Die haben einfach gewonnen. Ja, ihr Gangster, hat er geschrieben. Team Gangner. Gangner. Toll. Gangner. Gangner. Wir hätten beide gewinnen können. Einfach beides Loser. Wie unwahrscheinlich ist es, dass wir beide nicht verlieren, dass wir beide verlieren. Das ist echt unwahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber jetzt muss ich in den Laden gehen. Jetzt muss ich noch mehr Geld ausgeben. Komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier in den Laden rein. Wir müssen doch locker schon ein bisschen Geld haben oder so, ne? Ja, du kannst auch recht Punkte kaufen. Ich hätte schon los auf dem Skateboard. Was war das? Ach so. Okay, ich kaufe mehr als... Wie viele Punkte habe ich dann? Wo steht denn meine Punkteanzahl? Ah, mit Betab. Du hast 1000 Punkte. Okay. Dann kaufe ich mir ein Skateboard. Bestätigen. Oh mein Gott, ich habe mir was gekauft. Hast du schon gekauft, das Skateboard? Mein Skateboard geht nicht. Ich habe es nur in der Hand. Oh, Mano. Ich dachte, ich kann mitfahren. Okay. Oh, Mano. Ich dachte, ich kann mit dem Skateboard fahren, Kaspar. Oh, dir das nicht. Guck mal, was ich mir geholt habe. Guck mal, was ich mir geholt habe. Das hast du geholt? Ein. Unsichtbarkeits-Oman. Siehst du mich noch? Ja. Wie? Ey, Mann, das hat gerade 1000 gekostet. Ey, ich kann doch mein Skateboard auch nicht fahren. Es hat einfach keinen Kugelager drin. Mann, also jetzt guck mal, ich will das Ding ja... Ja, das habe ich dem jetzt geklaut. Das ist jetzt. Was? Du hast. Ja. Was? Mach's gut. Ich komme wieder. Ey, nein, nein, nein. Ich sag dir das Ding, Kim. Deine Beine verlieren oder deine Arme verlieren? Ich will die Arme verlieren. So, jetzt gerade steht auf dem Gerät hier, Mann. Da will ich auch mit rumfahren. Ich bin Stephen Hawking. Oh, nein. Aber? Ey, guck mal. Ich bin Stephen Hawking. Guck mal. Alter. Guck mal. Ich kann immer noch fahren. Nee. Hier, ich kann immer noch mein Skateboard halten. Ja, aber hast du dafür keine Beine mehr? Dann kannst du nicht mehr skaten. Ich kann immer noch fahren. Ich kann immer noch fahren. Ich kann immer noch fahren. Hier. So, der Lackpfad. Oh, so ein schöner Ausblick da draußen. Okay. Der Ausblick da draußen ist echt nicht schlecht, ne? Ja. Es geht auch schon direkt weiter, sehe ich gerade. In drei Sekunden. Okay, ich bin gespannt, was die nächste Frage sein wird. Ich will wieder Arme haben, bitte. Gib mir wieder Arme zurück, bitte. Ich will auch meine Beine wieder zurück haben, Kaspar. Ich habe keine Beine. Na gut. Keine Beine, keine Arme. Glücklich sein oder traurig sein? Hä? Was ist das für eine Frage? Durch glücklich sein. Guck mal, alle wollen glücklich sein. Oh, das ist jetzt gerade keiner auf traurig. Komm, ich gehe mal auf traurig drauf. Oh nein, sie möchte traurig sein. Weißt du, Geheimattacke? Geheimattacke. Ah! Auf dein Kopf regnet das. Ja. Guck mal, ich bin glücklich, obwohl ich gar keine Beine habe. Das nicht. Ich bin traurig. Ich will hier rausgucken. Ich bin traurig. Traurig, du hast keine Arme mehr. Ich habe keine Arme mehr. Das ist schon echt mega, mega cool, ne? Das ist echt mega cool. So, mal gucken, was jetzt hier die letzte Frage gleich sein wird, Kaspar. Die allerentscheidendste Frage. Okay, okay, okay. Und wir haben jetzt eine Frage. Ventil oder elektronische Kunst? Oh Gott. Hä? Oh Gott. Ventil oder elektronische Kunst? Da bin ich ja fast schon elektronische Kunst. Ja, da bin ich hier. Ich bleibe aus dem Ventil. Ventil, Ventil, Ventil. Wie Ventil? Ich wollte mal was sagen. Sag mal. Nein. Ach so. Au. Hauer. Wie? Hauer, der haut uns. Der haut uns. Ich fahr hier weg. Ich fahr hier weg. Schnell, Kaspar noch weg. Die verprügeln uns. Ich hau ihn. Ich hau ihn mit meinem Ball. Jawohl, jawohl. Ich fahr hier weg vor denen. Aber ich bin gleich tot. Bam, bam, bam. Ich bin gleich tot. Bam, bam, bam. Nein. Jawohl. Ich hau mit meinem Ball. Ich habe meinen Segway verloren. Ja, ich hab's. Ich hab's. Als wenn du mich jetzt hast. Au rein. Nein. Au rein. Oh Mann. Warte, ich muss das wieder lernen, damit zu fahren. Ja, du Assi. Hau rein. Hey. Ich hab's verloren. Hier ist es. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Es sind zwei Teile geteilt. Ach Mann, Brox, das reicht für heute. Batman oder Superman? Ich werde doch einmal zu allerletzten Superman. Superman und dann wirst du Batman, was? Ich bin Batman, ich bin Batman. Superman ist blöd. Nein, Superman ist voll cool. Superman ist cool. Hau rein. Dober Batman. Kann ich doch auch. Das kann ich auch machen. Oh mein Gott, wie hoch ich fliegen kann. Wie hoch? Na, kannst du auch so hochfliegen? Ganz oben. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Ja? Oh. Nee. Du sagst, der hängt ja gar nicht fest. Der hat. Mann, ich kann das nicht so wie du. Hätte ich doch bloß Superman genommen. Guck mal hier. Das ist blöd. Jetzt geht's richtig ab hier. Uno, Uno, Uno. Ja, aber ein ganz, ganz verrücktes Uno auf jeden Fall. Ich bin mal sehr gespannt. Dinger, Mirka muss jetzt zwei aufheben. Ey, halt. Warum lasst du Kasper? Oh mein Gott. Er macht vier Plus. Er muss bis sieben auf. Er macht vier Plus. Digga, wer lacht hier? Wer lacht hier? Wer lacht hier gerade? Leon lacht. Okay, Leon, alles klar? Alles klar? Hier, Leon. Oh. Ey, Mann. Ja, eine vier Plus. Nimm direkt Papierkratten auf. Ich hab direkt fünf. Oh Mann. Plus fünf minus eins heißt das. Okay, okay, okay. Hier. So, denk, da muss auch schnell. Schau, du bist noch mal. Oh, Digga, mach doch nicht den. Ey, komm, wir kann, wir kann, du ist noch mal. Alter, Jungs, ich spiele auch mit. Weißt du, was? Was, dann bist du noch mal dran? Digga! Ja, okay, du bist auch noch mal dran. Ausdienst einfach. Oh mein Gott, Digga. Plus zwei, plus zwei. Ich bin dran. Leon, das ist ein Timer. Alter. Oh Gott, ich war ganz knapp gerade. Ich wusste nicht, dass ich dran war. Na, was passiert da jetzt hier? Komm, Kasper, du darfst noch mal. Du darfst noch mal. Ey, noch mal. Möckern, Möckern. Wolltest du dranlaufen? Sammeln oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitteschön. Oh mein Gott. Vom ersten auf den letzten in einem Zug. So, Möckern, hier hast du... Oh ey! Das ist wirklich... Kasper, korrekt? Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ey, Kasper, ist korrekt? Mann. Oh, Leon kann nicht? Okay, Möckern, komm, jetzt hau raus. Greif ihn an, Möckern. Greif ihn an. Oh, ja. Ey, die unkorrekt. Danke, dann... Sag, stark, stark, stark. Unkorrekt seid ihr, bitteschön, gerade. Aber wir machen ja mal Farbenwechsel. Oh, Farbenwechsel ist gut. Ne, brauchen wir auch mal. Das ist auch mal wichtig. Farbenwechsel. Alter, aussetzen. Was soll das? Aussetzen, Kollege. Ich so, Möckern, Ehrenmann, zwei plus. Ehre. Also ey, so unkorrekt. So muss das. Das ist so unkorrekt von euch. Möckern, er hat nur noch zwei Karten. Tja, da kann ich nichts machen. Das tut mir leid. Möckern, du musst das machen. Oh, noch letzte Karte. Oh, mein Gott. Denkst du, er hat wieder grün? Oh, mein Gott. Denkst du, er hat wieder grün? Ich glaube nämlich nicht, dass er... Niemals. Er hat nicht. Er hat nicht. Er hat nicht. Und legen. Oh, oh. Uno, letzte Karte. Oh, mein Gott. Er ist so nah dran jetzt gerade an Uno. Oh, mein Gott, bitte. Nein. Aber es ist nicht rot. Es ist nicht rot. Ja. Damit zu wissen. Und er hat wieder kein Rot. Er hat wieder kein Rot. Das ist sehr wichtig. Wie bitter ist das gerade? Wie unkorrekt. Okay, rein da. Rein da, rein da. Ey, Jungs, bitte. Ich brauchst was krasses. Ey, unglaublich, Alter. Oh, nein. Jetzt kriege ich auch... Ich kriege auch gar keine Plus 2 oder sowas. Jetzt wäre die gar nicht nur im Stapel drin. Nein, ich dachte, ich kann spielen. Jetzt wären da keine Angriffskarten mehr drin. Oh. Ach, der können alle nicht spielen. Jetzt ist da was. Digga, jetzt ziehen wir alle. Ey, was ist denn jetzt los? Okay, ich hab's gelegt. Wo sind die kleinen Karten denn? Oh, wichtig. Oh, wichtig. Leon, noch wichtiger. Oh, oh, ganz richtig wichtig. Ganz sehr korrekt. Oh mein Gott. Entspannen wir uns. Entspannen wir uns. Sehr korrekt, Kaspar. Oh, nur letzte Karte. Nimm zwei. Hä? Ich hab als erstes draufgedrückt, mein Freund. Nein, leider nicht. Es geht darum, wenn es erst draufgedrückt. Was? Oh mein Gott. Oh, Fischel. Was? Er hat so schnell draufgedrückt. Alter. Oh mein Gott. Ey. Ja. Ja. Was? Nö, kein Gewinn. Hä? Worauf hab ich schon mehr Punkte bekommen? Hä, wie ist das für am meisten Punkte? Na ja, wenn ihr 500 Punkte bekommt, dann habt ihr verloren. Das steht da oben. Ach so. Ah, okay, okay. Na gut, aber Leute, die Runde mach ich euch fertig. Gar kein Problem. 1-0 für Möckern. 1-0. Hab ich gar kein Problem. Wir spielen bis drei hier. Wir haben bis drei. Machen wir mal den hier als nächstes. Mal gucken. Machen wir mal den hier als nächstes, ne? Oh, Rot. Der kann ja mal Rot auswählen. Kommen wir einmal alle Farben. Ich so, machen wir einmal Gelb, ne? Gar nichts los. Also ey, überspringt einfach. Ey, überspringt einfach, Leute. So, machen wir mal den Rot. Also ich glaube wirklich, ich mach euch komplett fertig die Runde. Wie wollen wir Rot? Ja, Leon, du und dein Rot, Alter. Hier, bitte. Hör mal auf mich aus. Mann. Möckern. Wie gehst du mit Leon um? Möckern. Wie gehst du mit ihm um? Ein Möckern, Bro. Das macht man nicht. Möckern, wie gehst du mit Kasper um? Oh mein Gott, Ehre, Mann. Das macht man nicht. Alter, Ehre, Digga. Ehre. Okay, okay. Hier Gelb kannst du haben. Ja, kein Problem. Ja, kann ich auch Grün drauflegen. Da hab ich auch kein Problem mit. Ja, finde ich auch gut. Grün hab ich auch, ja. Ja, grün hab ich auch noch hier am Start. Digger, du hättest noch drei Möckern, ne? Langsam müssen wir angreifen. Kannst du die Richtung wechseln? Ja, bei Blau. Verdammte Axt. Ich brauch Blau. Verdammte Axt. Warte, ich kann Blau machen. Ja, jetzt gleich helfen wir. Ja, sehr gut. Möckern, stark, stark, stark. Gar kein Problem. Möckern, hau ihn rein, hau ihn rein. Gar kein Problem. Wie, gar kein Problem? Ey, er dachte, er kann den 2 Plus legen. Warum kann ich da nicht drauflegen? Er dachte, er könnte den 2 Plus legen, auch 4 Plus. Aber warte. Hä? Hä, warte, dann wurde eine Karte geklaut. Die wurde keine Karte geklaut. Die wurde eine Karte geklaut. Ich glaube, die ist 5 minus 1, heißt, dass du 5 aufnimmst und eine löscht. Und er hat mir eine gute geklaut. Er hat mir einfach eine gute geklaut. Uno, letzte Karte, Jungs. Bro, du brauchst... Ey! Ja, Mann. Ey, ich kann es schon wieder nicht. Ja, okay, komm. Ey, was? Wie unkorrekt. Ich habe gerade meine Karte weggelegt. Hier, Leon, lass doch mal hier. Komm, mach. Ey, Mann, Alter. Was? Er hat keine Angriffskarte mehr. Natürlich nicht. Die haben die alle schon aufgebraucht. Ich habe schon... Ey, jetzt muss ich hier... Komm, direkt raushauen. So, hier alles mitnehmen, Leute. Komm, alles war raus jetzt. Ey, Jungs, ich kann nicht. Was ist das denn jetzt? Nur drei Karten. Ja? Oh, richtige Farbe? Oh, nein. Nein, ich war ja ernst. Wir können auch genau diese Farbe, Alter. Das ist so unkorrekt. Ja! Nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott. So vereilt. Oh, mein Gott. Man hat es sogar gehört, wenn... Ich habe richtig geklickt. Ich habe richtig geklickt. Ey, diese Karte. Letzte Karte. Ich kann bei Kasper nicht drücken. Letzte Karte, Jungs. Ich habe richtig gedoll geklickt bei Kasper. Ja, okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du bist drei Möckern. Na, Jungs, bitte. Du bist drei Möckern. Jungs! Hol dir doch nicht drücken! Nein, Mann! Nein! Ja, Mann! Letzte Karte. Letzte Karte, Jungs. Bitte! Nein! Ja, Grün hat er nicht. Okay, Möckern, Grün hat er. Nein, so unkorrekt. So unkorrekt. Ja! Du Assi, Alter. Ja! Ja! Come on! Plus zwei. Oh, mein Gott. Ey, das darf nicht wahr sein. Oh, mein Gott. Jetzt kriege ich die ganze Zeit dieselben Karten, Alter. Weißt du, ich... Es tut mir leid. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kann man so unkorrekt sein, Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schieb andersrum. Schieb andersrum. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe noch nichts. Oh, mein Gott. Was ist denn noch? Ey, wie unkorrekt. Oh, mein Gott. Ich dachte, du hättest jetzt mein Plus. Er macht sich keine... Ich dachte, du hättest jetzt mein Plus. Ja, ich hättest auch mal fragen können. Ja, was war vielleicht fragig? Er macht sich auf jeden Fall gar keine Freunde. Jetzt... Jetzt... Dirk, Alter, Leon drücken. Ja, ja, ich war schon. Er hat aber nichts. Drück, ich drück. Er wartet, er wartet. Was? Wie konnte er... Man kann vorher drücken. Man kann vorher drücken, aber Kaspar auch die ganze Zeit. Du bist so ein 31er Kaspar. Hey, Bro, ich wusste nicht, wie weißt du vorher. Oh, mein Gott. Man kann vorher drücken. Bevor man die letzte Karte schmeißt, kann man drücken. Ey, und jetzt setzt du mich auch noch aus, Kaspar. Ja, alles Gute. Der kriegt auch... Ey, Bro. Ja, alle Einwaltige. Okay, okay, okay. Ja. Hä, wie geht das vorher? Keine Lächte. Das ist farte. Das stich in Vorder. Ja, das stich in Vorder. Und gewonnen. Ja. Nein, Mann. Okay, die zweite Runde geht auf jeden Fall an mich dann, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sag dir aber, in der dritten Runde, Kaspar, hast du auch keine Chance. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin nicht sehr zufrieden mit meinen Karten. Ich auch nicht. Ja, bei mir geht besser, ne? Ja, so will ich das sehen, Digga. Wir sind sehr, sehr ausgedünnt, leider, muss ich sagen. Also echt sehr ausgedünnt. Kaspar, du freust dich darüber, ja? Dass ich gerade Karten ziehen muss. Guck mal, Möcke, was ich mache. So was, dann, das mache ich dann, weißt du? Die unkorrekt. Ja, und? Ich bin auf beiden Seiten. Oh mein Gott. Ja, plus sechs, Digga. Plus sechs. Oh mein Gott, Digga. Alter, es ist gut, dass ich sie aufgemacht habe. Jeder Zeppel ist raufgehauen. Oh mein Gott, ich habe so raufgebrettet, ne? Alter Schwede. Ich habe so raufgebrettet. Ich habe so raufgebrettet. Ich habe so raufgebrettet. Ey, Fass. Ich habe so raufgebrettet. Mein Gott, Digga. Das ist wirklich so unkorrekt. Wird auch noch eine richtig gute Karte gelöscht, ne? Ich bin trotzdem auch eigentlich ganz zufrieden mit meinen Sachen. Gucken wir mal ganz kurz hier. Ey, Digga. Also wirklich, ich habe extra nicht auf dich gemacht. Bro, was ist hier los? Sehr schön. Was ist denn euch los? Ja, gucken wir mal ganz kurz, Kollege. Ey. Mein Gott, Digga, ohne letzte Karte, Jungs. Bitte, bitte, bitte. Nein. Was glaubst du? Hat er gelb oder hat er rot? Er hat rot. Mal spiel blau. Er hat kein Gelb. Er hat kein Gelb. Er hat kein Gelb. Er hat rot. Er hat kein Gelb. Er hatte kein Gelb. Ich habe die letzte Karte. Ich habe die letzte Karte. Nurkern. Nurkern. Ja. Kasper hat, glaube ich, rot. Nurkern, Kasper hat, glaube ich, rot. Ich weiß, ich weiß. Oder hat blau. Kann auch blau sein, dass er blau hat. Nein. Hat er nicht. Er hat gerade blau gezogen. Nein, ich hatte blau die ganze Zeit. Oder er hat grün. Er hat locker grün. Oh mein Gott. Nein, er hat rot. Nein. Er hat rot. Oh mein Gott, er hat rot. Ey, Möckern. Mach doch nichts nicht sehen. Ja. So, letzte Karte, Jungs. Oh mein Gott, Digga, Leon. Komm mal, herangreifen jetzt. Was ist das? Was machst du? Oh, letzte Karte. Oh, letzte Karte. Wahnsinn. Oh mein Gott, ja. Was machst du denn? Was machst du denn? Oh mein Gott. Was machst du denn? Rot. Möckern hat rot. Er hat rot, Möckern. Du Idiot, Möckern. Er hat kein Rot. Du Idiot, Möckern. Er hat kein Rot. Er hat kein Rot. Ich habe kein Rot. Digger, wie bitter. Ich hatte die ganze Zeit rot und die hat die ganze Zeit immer weitergemacht, Mann. Ich hatte zehn Runden und noch eine Karte, Alter. Oh, oh, oh mein Gott. Meine Karten sind gut. Oh mein Gott. Meine auch. Ich habe so Müllkarten. Die erste. Das ist jetzt direkt die erste gewesen. Nein. Wieso ich? Wieso denn ich? Und nur Zahlen. Nur Zahlen. Das macht Pinze Karten. Bro, Jungs, ich bin doch hier eh schon. Oh, der muss doch aussetzen. Er muss doch aussetzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schlimm, Kaspar. Das ist schlimm. Oh. Natürlich, das Spiel spielt beide ganz entgegen mich. So will ich das sehen. Plus zwei. Kaspar, ich höre dich nicht. Deine 13 Karten sind im Weg. Ja. Ah, ich habe leider nur eine Karte, die ich legen kann. Oh. Oh, stark. Das tut mir leid, Möckern. Aber ich wollte nicht aufnehmen. Hier, Kaspar, darfst du doch mal. Danke, danke. Das ist korrekt. Darfst du doch mal, Kaspar. Möckern, der ist gleich schon fertig, ne? Möckern, du gehst jetzt Karten los. Oh Gott. Was für Karten los. Ey. Möckern, mach du jetzt, Möckern. Digga, Möckern, du bist. No, Kaspar, du bist. Möckern, na gut, ich bin. Okay, sehr gut. Was? Okay, jetzt. Mach doch nicht den, Digga. Was soll denn das denn? Er hat nur drei Karten, Bro. Er hat nur drei Karten. Was habt ihr gemacht gerade? Als wenn du keine ange... Digga, er macht schon UNO. UNO, letzte Karte. Mann, ey. Er hat keinen Blau, er hat keinen Blau, Möckern. Ganz wichtig. Okay, dann wechsle ich auf sechs. Auf grün. Ey, das ist echt dein Ernst. Auf gelb. Ja, er hat kein Gelb, er hat kein Gelb. Okay, er hat kein Gelb und kein Grün. Kein Gelb und kein Grün. Okay, 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 okay. Ey. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wie unkorrekt. Ich wurde so oft ausgesetzt, jetzt diese Runde, ne? Haben wir alle kein Gelb und Grün? Oh mein Gott, Digga. Was soll das? Was soll denn das? Ich kriege kein... Nein. Was soll denn das? Ich auch nicht. Also jetzt sammeln wir aber wieder, Jungs. Oh, wichtig. Was soll denn das? Möckern, jetzt andere Farbe. Ja. Das ist nicht so unkorrekt. Alle raushauen jetzt hier. Alle raus hier jetzt, Jungs. Alle raus. Das war's auch schon. Alle raus. Oh, er nimmt Grün. Ja. Oh mein Gott. Uno, letzte Karte, Jungs. Dann mach, los, mach Gaspar. Ich wusste, er hat kein Grün. Ich wusste, er hat kein Grün. Bleib bei Grün, bleib bei Grün. Nein. Er hat kein Grün. Nein, das ist nicht ernst. Ich habe auch nicht. Ich auch nicht. Das ist nicht euer Ernst. Was macht ihr denn? Bitte, das ist nur einmal. Blau, blau, blau. Sehr stark. Blau, blau, blau. Oh mein Gott. Blau und Grün hat er nicht, blau und Grün hat er nicht. Okay, das ist gut zu wissen. Ich habe die schon wieder teilen. Das ist richtig gut zu wissen. Oh Mann, ey. Es hat wirklich nur noch zwei Karten. Ja. Oh mein Gott. Leon, Richtung Wechsel. Ja, okay. Ja, stark, stark, stark. Warte. Was machst du denn da jetzt? Ja, ich brauche jetzt eine andere Farbe. Sehr stark. Sehr stark, Jungs. Nein. Das war das ein schlechter Richtungswechsel. Was machst du denn? Los. Ich hoffe, er hat kein Grün. Er hat doch selbst. Oh mein Gott, er hat kein Grün. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich angreifen. Alter, er hatte doch noch Grün. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja. Ey, Digga. Jetzt macht er den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nee, ne? Nein. Nein, Bro. Nein. Ja, wichtig. Nein. Wichtig. Das glaube ich jetzt nicht. Ey, Kaspar. Oh mein Gott, Digga. Ey, was? Das ist so unkorrekt. Das darf nicht wahr sein. Grün. Ey, was soll das? Was soll das? Ey. Kaspar hat kein Grün. Oh. Nein, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso läuft mich? Ja, plus fünf. So, zwei. Alter. Oh mein Gott. Da kommt der ganz schnelle Hase raus. Kaspar. Oh mein Gott. Ja, was Digga? Du hast nur zwei, du es weniger gehabt. Was soll ich machen? Oh mein Gott, einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Wie korrekt Kaspar ist. Kaspar, wechsel nicht die Farbe. Wechsel nicht die Farbe. Wie korrekt ist der Lenn. Ich bleib rot. Ich bleib rot. Ich bleib rot. Ja. Das ist so unkorrekt. Ja. Das ist so unkorrekt. Ja. Okay, ich wechsle nicht die Farbe. Okay. Ja, nein. Das ist so unkorrekt. Das ist so unkorrekt. Achso, sag doch was. Nein. Ich hab doch genug. Ich möchte auch nur zwei plus blau. Leon, wenn man in einem Glasfaus sitzt, sollte man nicht mit Stein werfen, ne? Ey, ohne Witz, Alter. Oh mein Gott. Hey. 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 Lach, wer geht dir das Lachen? Hey, Bro. Was machst du jetzt? Hey. Okay. Es geht allen hier einfach das Lachen. Ey. Wow. So, hier. Ganz entspannt. Ja, ja. Und nochmal ziehen. Ganz entspannt hier. Und ziehen. Ey. Ich brauch Gelb. Ja. Nein. Kaspar. Ich weiß. Kaspar. Ich weiß. Du bist so blöd, Mann. Oh mein Gott. Bro. Was machst du? Nurkan. Ha. Hey. Nein. Ja. 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 Nein, ich hab auch kein Blau. Hä? Wieso freust du dich denn? Oh, letzte Karte. Nurkan. Nurkan, musst du angreifen. Allerletzte Karte. Nurkan, Bro. Oh ja. Ich kann nicht. Und der Blau gelingt, Bruno. Ja. Wir haben wegen Kaspar verloren. Ich habe alle drei Runden gewonnen. Das war's, Freunde. Wenn ihr von der Märze möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.